Es ist leider das passiert, bevor wir bereits im Februar diesen Jahres gewarnt haben. Und zwar, wenn ihr euch erinnert, haben wir damals die Arbeitsgemeinschaft Innen und Heimat, welche zu der CDU, CSU gehört, genauer untersucht. Denn diese haben ein Positionspapier ins Leben gerufen, wo es darum geht, Maßnahmen gegen uns Muslime zu setzen. Die selber begründeten das damals als der Kampf gegen den Islamismus oder Kampf gegen den politischen Islam. Und damals war es aber praktisch nur erstmal eine Arbeitsgemeinschaft, die ein Positionspapier ausgearbeitet hat. Nun ist es so, dass eben genau dieses Positionspapier von der Bundestagsfraktion CDU, CSU verabschiedet worden ist und nun die Regelungen, die dort enthaltenen Regelungen, tatsächlich auf uns Muslime angewendet werden sollten. Bevor wir aber nun über genau die Auswirkungen dieses Positionspapiers bzw. dieser Verabschiedung des Positionspapiers sprechen, zeigen wir euch einmal einen Zusammenschnitt aus dem Video von mir aus dem Februar diesen Jahres, wo wir allgemein erst einmal dieses Positionspapier und die Arbeitsgemeinschaft Innen und Heimat vorgestellt haben. Wow. Also jetzt ist die CDU endgültig in der Welt der Verschwörungstheorien angekommen. Ich habe sie auch gegoogelt, habe mal geschaut, wer sind diese Personen. Aber ich will mal behaupten, das sind politisch relative Nobodies. Jetzt mal ganz konkret gefragt. Welche islamische Gruppe oder Verband will in Deutschland die Macht übernehmen? Ein Einmann Masjik? Oder wer soll das tatsächlich umsetzen? Wo auch als Scheinargument vorgebracht wurde, dass die Kinder vor islamistischer Beeinflussung durch die Eltern geschützt werden müssten. Und was wir uns wünschen und brauchen, ist ein moderner, liberaler Islam, der sich Deutschland zugehörig fühlt, der sich dem Einfluss ausländischer Regierungen konsequent entzieht und der die Identifikation seiner Gläubigen mit unserem Land fördert. Und ich bin sicher, wenn das gelingt, dann wird auch dem Islamismus der Nährboden in unserem Land entzogen. Vielen Dank. Okay. Ich denke, mehr als deutlich, mehr als klar, was seine Position ist. Das war also unser Beitrag aus dem Februar bereits dazu, zu der Arbeitsgemeinschaft Innen und Heimat. Gehen wir nun weiter und schauen uns einmal nochmal die, ja ich sag mal Hauptthesen dieses Positionspapiers an, um uns noch einmal vor Augen zu rufen, was jetzt auf uns Muslime zukommt. Denn tatsächlich wurde das ja verabschiedet von der Bundestagsfraktion CDU und CSU, was nichts anderes bedeutet, als dass sie es nun auch versuchen werden, legislativ irgendwie geltend zu machen. Denn bereits in den ersten einleitenden Sätzen des Positionspapiers zeigt die CDU und CSU auf, was für ein Verständnis sie von Integration haben. Denn die CDU und CSU basiert auf einer Grundannahme. Diese Grundannahme ist, dass die meisten Muslime, die in Deutschland leben, friedlich seien. Warum sind diese friedlich? Weil sie sich zu den freiheitlich-demokratischen Grundwerten bekennen würden. Nun erst einmal unabhängig davon, woher sie überhaupt die Basis haben, um so eine Aussage zu treffen. Mich würde wirklich interessieren, was ist die empirische Grundlage, auf der genau diese Aussage fußt, dass die meisten Muslime in Deutschland sich zu der demokratischen Grundordnung bekennen würden. Aber, das sei mal dahingestellt. Das viel gefährlichere an dieser Stelle ist, dass hier direkt zwei Gegenpole konstruiert werden. Es gibt einmal den friedlichen Muslim, das ist derjenige, der die liberalen Grundwerte geschluckt hat und davon überzeugt ist. Und es gibt dann den Muslim, an dem muss gearbeitet werden, der muss bekämpft werden, der muss stigmatisiert werden. Das ist derjenige, der ganz deutlich sagt, nein, ich habe ein anderes Menschen- und Weltbild, aber ich halte mich an Gesetz und Ordnung. Dieser gehört nicht zu den friedlichen Muslimen. Und damit offenbart erst einmal die CDU und CSU ganz, ganz deutlich, was ihr Verständnis und Integration ist. Es geht nicht darum, sich an Gesetz und Ordnung zu halten, sondern es geht ihnen darum, dass die Grundwerte dieser Gesellschaft uns Muslimen aufgezwungen werden müssen. Und die Muslime, die sich dagegen stellen und sagen, nein, ich teile diese Werte nicht, aber ich halte mich an Gesetz und Ordnung, das sind die sogenannten Integrationsunwilligen. Und im Endeffekt für sie wurde genau auch dieses Positionspapier geschrieben. Und dass dieses Positionspapier verabschiedet worden ist von der Bundestagsfraktion, CDU und CSU zeigt ganz, ganz deutlich, dass die CDU genau diese Annahme teilt. Und deshalb auch diese Konstruierung von Begriffen wie Islamist, politischer Islam und so weiter. Man möchte einfach die Muslime hier einkreisen, die sagen, ich habe ein eigenes Mensch- und Weltbild, halte mich aber an Gesetz und Ordnung, das reicht ihnen nicht. Nein, wir müssen sie dazu zwingen, dass sie genau unsere Werte als ihre eigenen Werte betrachten. Und das ist Wertediktatur. Und genau das ist die brandgefährliche Assimilationsprämisse der CDU und CSU. Sie sagen nichts anderes, als dass anders denkende Menschen eine Gefahr für das friedliche Zusammensein in der Gesellschaft sind. Selbst dann, wenn sie sich an Recht und Ordnung halten. Das genügt ihnen nicht. Das heißt, es geht ihnen nicht um irgendwelche sogenannten militanten Muslime. Nein, es geht ihnen darum, Muslime anzugehen, die einfach anders denken. Obwohl sie sich an Recht und Ordnung halten, aber ein anderes Mensch- und Weltbild haben. Diese gilt es zu bekämpfen. Und das ist auch das, was sie als politischer Islam oder als politische Muslime bezeichnen. Denn dazu heißt es in dem Positionspapier, ich lese es euch mal vor. Der politische Islamismus bewirbt eine Herrschaftsordnung, die einen fundamentalen Gegenentwurf zu Demokratie, Pluralismus und individuellen Freiheitsrechten darstellt. Konkret werden hier einfach alle Muslime als eine Gefahr dargestellt. Das heißt also, wenn ein Muslim davon überzeugt ist, dass die Gesellschaft, die Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in Medina aufgebaut hat, besser ist als der Säkularismus, besser ist als der Liberalismus, dann ist er ein ganz gefährlicher Zersetzer dieser Gesellschaft und er muss bekämpft werden. Das ist das, was die CDU und CSU sagt. Obwohl das ja die Grundlage einer jeden Überzeugung ist. Selbstverständlich ist ein Mensch, der von etwas überzeugt ist, zur gleichen Zeit auch der Ansicht, dass das eine bessere Lösung wäre für die gesamte Menschheit. Das ist ja die Natur einer Überzeugung. Und wer jetzt gerade vielleicht denkt, okay, der Bruder übertreibt gerade ein bisschen, der sollte sich das nächste Zitat einmal anschauen. Schaut mal, so heißt es weiter im Positionspapier. Diese Politisierung der Religion äußert sich in einer umfassenden Reglementierung der Lebensführung von Musliminnen und Muslimen anhand der Kategorien des Erlaubten in Klammern Halal und des Verboten in Klammern Haram. Das bedeutet, das Halten an den Handlungsmaßstab des Islam, an Halal und Haram, ist für sie eine Politisierung der Religion. Das heißt, mit anderen Worten, wenn ich meinen Kindern beibringe, dass Diebstahl, Prostitution und so weiter Haram ist, dann bin ich ein gefährlicher politischer Islamist, der bekämpft werden muss. Warum? Weil ich beteilige mich ja an der Politisierung der Religion des Islam. Denn ich nutze den Handlungsmaßstab Al-Halal und Al-Haram. Liebe Muslim, ich hoffe, ihr erkennt gerade an diesen Zitaten, wohin es hier in Deutschland gehen sollte. Das heißt, wir werden an den Grundsäulen des Islams, werden wir hier angegriffen. Wenn man darüber jetzt redet und sagt, dass Al-Halal und Al-Haram ein Problem darstellt, dann was ist es, was sie uns Muslimen übrig lassen möchten? Liebe Muslim, es muss uns an dieser Stelle bewusst sein, dass diese Kriminalisierung unserer Weltanschauung, die Kriminalisierung des Islam, die Kriminalisierung des Handlungsmaßstabes Halal und Haram, ein ganz klarer, frontaler Angriff auf uns Muslime hier in Deutschland ist. Es ist ein frontaler Angriff auf die islamische Gemeinschaft hierzulande. Das muss uns bewusst sein. Es ist ein Armutszeugnis für gerade die Regierungspartei, die CDU, dass man solche Gedanken hegt, dass man solche Prämissen aufbaut, dass man anfängt, jeden Andersdenkenden einfach zu bekämpfen, ihn zu kriminalisieren, Narrative gegen ihn aufbaut. Es scheint so, dass man wirklich eine gleichgeschaltete Gesellschaft haben möchte. Das ist eine ganz klare Wertediktatur, die hier gefordert wird. Obwohl eigentlich genau diese Form der Wertediktatur dem freiheitlichen Staat ja grundlegend diametral entgegensteht. Wenn wir uns überhaupt noch einmal vor Augen führen, dass diese Ordnung eigentlich entstanden ist als ein Gegenentwurf zu dem damaligen Nationalsozialismus, man jetzt aber auf diese Art und Weise mit uns Muslimen agiert und solch eine Vorstellung hat von einer gleichgeschalteten Gesellschaft, dann sieht man, wohin es tatsächlich wieder gehen soll. Wir sehen ganz klar, dass die CDU, CSU versucht hier an dieser Stelle das Verständnis der weltanschaulichen Neutralität des Staates in das genaue Gegenteil umzuwandeln. Man möchte nämlich die weltanschauliche Neutralität dazu nutzen, um andere Religionen, um andere Weltanschauungen zu neutralisieren. Obwohl man in sämtlichen Grundgesetzkommentaren nachlesen kann und es ganz daraus hervorgeht, dass die weltanschauliche Neutralität vielmehr ein Abwehrrecht des Bürgers gegenüber dem Staat darstellt und nicht umgekehrt. Denn das im Grundgesetz verankerte sogenannte negative Abwehrrecht ist nichts anderes, als dass Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften einen eigenen Rechtsraum erhalten sollen. Das bedeutet einen Raum für eigene Ideen, einen Raum für eigene Überzeugungen, in das der Staat nicht eingreifen darf. Die CDU, CSU aber hingegen möchte genau das aufwiegeln. Sie versuchen dieses Recht, also sprich das Recht auf weltanschauliche Neutralität, versuchen sie gerade zu verwenden, um Religionen und Weltanschauungen in ihrer Gesellschaft, die ihnen nicht passen, zu neutralisieren. Und sie greifen damit in den ganz klar definierten Rechtsraum dieser Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften ein. Und das ist eine ganz, ganz klare Wertediktatur. Die CDU, CSU möchte mit diesem Vorgehen in den Rechtsraum von der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft der Muslime eingreifen und dafür Sorge tragen, dass wir von etwas anderem überzeugt sind, als das, wovon wir überzeugt sein wollen. Sprich von den Werten des Islam. Man will uns dazu zwingen und dann bezeichnet man uns als friedlich. Dann sind wir keine Gegner des Staates, dann sind wir kein Gegner der Gesellschaft, wenn wir dieselben Werte tragen. Aber es gibt noch weiter geliebte Muslime. Nun, jetzt könnte es ja sein, dass jemand aus der Mehrheitsgesellschaft kommt oder allgemein aus der Gesellschaft und sagt, ja, was ist denn aber das Problem damit, dass es Leute gibt, die eine andere Überzeugung haben? Es genügt doch, wenn sie sich an Recht und Ordnung halten. Damit eben genau das nicht passiert, wurde ein Narrativ geschaffen von der CDU, CSU in dem Positionspapier. Und zwar welches? Wenn ein Muslim von bestimmten Werten überzeugt ist, dann kann er sich nämlich nicht an Gesetz und Ordnung halten. Warum? Weil er nämlich danach strebt, die Gesellschaft zu unterwandern und dieses Wertesystem dann in der Gesellschaft legislativ zu verankern. Genau diese Hysterie wird geschürt. Und das sagen sie ganz klar in dem Positionspapier. Lass uns mal gemeinsam reinlesen. Dort heißt es nämlich, seine Vertreter streben die Unterwerfung von Gesellschaft, Politik, Kultur und Recht unter Normen an, die ihren islamistischen Vorstellungen entsprechen. Subhanallah. Das heißt also, dass jemand, der von anderen Werten überzeugt ist, er kann nicht davon überzeugt sein und zur gleichen Zeit sich an Gesetz und Ordnung halten. Nein, diese Symbiose existiert gar nicht. Sondern derjenige, der von bestimmten Werten überzeugt ist, von Grund auf arbeitet er daran, diese Gesellschaft zu unterwandern. Und genau dieses Narrativ schaffen sie in der Gesellschaft, um Hysterie zu erzeugen. Denn sobald irgendein Muslim über Werte spricht, über eigene Werte spricht, über seine Identität spricht, ist er ein Böser. Er ist der politische Islamist. Er muss bekämpft werden. Denn wenn er jetzt nicht bekämpft wird, dann wird es irgendwann dazu kommen, dass er die Gesellschaft spaltet und seine Werte versucht in dieser Gesellschaft dann auch tatsächlich umzusetzen. Das ist das böse Vorgehen der CDU, CSU in diesem Positionspapier. Ja, und tatsächlich, es gibt Gebiete in Deutschland, wo es bereits schon so der Fall ist, wo diese Hysterie total gegriffen hat, wo sie im Volk tatsächlich verankert ist. Und das ist ja auch das, was die Union versucht auch darzustellen. Im Sinne von, wir müssen den Islamismus bekämpfen, damit das freiheitliche Abendland leben kann. Das ist das Bild, was nach außen hin gegeben wird. Und zu was führt das? Das führt dazu, dass natürlich dann auch unmittelbar Muslime bekämpft werden. Und wenn dann wiederum Muslime auf der Straße angegriffen werden, ermordet werden, dann will es keiner wissen. Aber, geliebte Muslime, um eine Sache ganz deutlich zu sagen. Wir reden hier nicht mehr darüber, dass ein CDU, CSU-Politiker nicht weiß, was er durch diese Narrative, die er in der Gesellschaft setzt, was er damit tatsächlich erreicht, was er damit tatsächlich verursacht. Es ist nicht so, dass er es nicht weiß. Ein Horst Seehofer weiß, welche Schuld er an dem Attentat in Hanau hat. Ihm ist bewusst, dass seine Rhetorik, dass seine Hetze, die er betrieben hat, auch dazu geführt hat. Klar, würde so eine Person das öffentlich niemals kundtun. Aber, das ist das, was sie wissen. Nun, wenn also einmal die Hysterie dann tatsächlich vorhanden ist, wenn dieses Narrativ in der Gesellschaft gesetzt worden ist, dann wird auch die Mehrheitsbevölkerung, die Mehrheitsgesellschaft keine weiteren Fragen mehr stellen. Konkrete Fragen werden nicht gestellt. Wie genau sollte denn das passieren? Wie genau sollten denn die sogenannten bösen politischen Islamisten denn den Staat stürzen und so weiter? All das spielt gar keine Rolle mehr. Denn man ist in der Hysterie, man hat ein Feindbild gezeichnet und das ist der böse Muslim. Wir sehen also, geliebte Muslime, dass in diesem Positionspapier, was jetzt tatsächlich, tatsächlich von der Bundestagsfraktion, CDU, CSU verabschiedet worden ist, dass dort eine Ansammlung, ein Bündel von Maßnahmen verabschiedet wurden, beziehungsweise nun daran gearbeitet wird, diese legislativ umzusetzen, wo es darum geht, uns Muslime ganz klar zu assimilieren. Und das muss uns bewusst sein. Wir reden nicht mehr über irgendwelche Szenarien, die weit in der Zukunft liegen, die eventuell entstehen könnten. Nein, wir reden darüber, dass die sogenannte Volkspartei, die sogenannte Regierungspartei solche Ideen hat, solche Ideen vertritt und versucht, diese in der Gesellschaft umzusetzen. Sie arbeiten aktiv daran, uns Muslime zu assimilieren und von unseren Werten zu trennen. Und das Positionspapier ist ein ganz klarer Beleg dafür. Und für uns Muslime muss das jetzt ein ganz klares Signal sein. Wir reden hier nicht mehr über irgendwelche Vermutungen, über irgendwelche politischen Auslegungen, über irgendwelche politischen Analysen, wo man, ich sag mal, versucht, durch ein wir wahr diverse Aussagen zu einer bestimmten Meinung zu gelangen. Nein, sie haben es verfasst in Form eines Positionspapiers, was öffentlich einsehbar ist auf ihrer eigenen Webpräsenz. Sie haben eine eigene Internetseite und uns Muslime jetzt klar sein, was das tatsächlich bedeutet. Deswegen müssen wir uns aktiv dagegen stellen. Wir müssen aktiv begreifen, dass Maßnahmen, die ins Leben gerufen werden, um unsere Identität anzugreifen, über kurz oder lang dazu führen werden, dass der Islam hier nicht mehr existent sein wird. Und der Lebensraum einfach auch für unsere Kinder ganz klar gefährdet ist. Wenn sie nicht mehr in der Lage sind, ihre Werte auszuleben oder vielleicht dauert es gar nicht so lange, bis wir zu unseren Kindern kommen, vielleicht wird es auch uns direkt treffen. Denn ein weiterer, sehr perfiler Schritt ist die sogenannte Verwissenschaftlichung dieser Rassentiments, dieser Narrative, die gegen uns Muslime erzeugt worden sind. Was meine ich mit Verwissenschaftlichung? Indem nun diese Ideen, die jetzt in irgendeinem Positionspapier festgehalten sind, dass diese über die Bildungswege an die Menschen getragen werden sollen. Durch Schule, durch Universitäten. Denn gerade das Einschlagen diesen Weges, in dem man versucht, diese Rassentiments gegen Teile der Gesellschaft auf Bildungswegen zu platzieren, dieses kennen wir in Deutschland aus der Vergangenheit sehr, sehr gut. Deshalb appelliere ich zum einen ganz klar an die islamische Gemeinschaft, nun endlich wach zu werden, der Realität ins Auge zu sehen und zu erkennen, dass wir Muslime assimiliert werden sollen. Und auf der anderen Seite spreche ich natürlich auch zu der Mehrheitsgesellschaft, dass sie nun erkennen sollen, in was für einem Raum sie sich hier gegenwärtig bewegen, welche Narrative erzeugt werden gegenüber uns Muslime und sie das niemals mittragen dürfen, sie diese Politik niemals mittragen dürfen. Denn heute sind wir es als Minderheit, die von unseren Werten getrennt werden soll. Und morgen ist es vielleicht eine andere Minderheit. Deshalb auch an die Mehrheitsgesellschaft, verschließt eure Augen nicht, seht die Realität ins Auge, sind das wirklich die Werte, für die ihr einstehen wollt. Liebe Muslime, möge Allah SWT uns helfen und möge Allah SWT die Hände der Ungerechten von den Muslimen fernhalten.